Ach hallo, grüßt euch hier auf meinem neuen Kanal. Wenn ihr da seid, mein Name ist Björn und ich freue mich auch schon drauf. Was wollen wir hier machen auf diesem Kanal? Ich will euch einfach mal ein klein bisschen in mein Alltagsleben mitnehmen. Ein bisschen das Thema E-Bike, E-Mobilität, E-Bike im Alltag dementsprechend näher bringen. Ich möchte euch einfach ein bisschen das Thema Wandern, Natur ein bisschen mitnehmen und einfach so ein paar Sachen zeigen, die wirklich keine Kategorie haben, aber die man einfach so zeigen möchte und euch einfach mitnehmen möchte in diese ganze Geschichte. Ich habe auch noch zwei andere Kanäle auf YouTube. Einmal die Björns Koch- und Backwerkstatt, ein Kanal, das sehr erfolgreich mittlerweile läuft. Unten habe ich es gerade mal in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr ja gerade mal reinschauen, ob auch das für euch was wäre. Genauso noch eigentlich, was mein Beruf ist als Smart Home Integrator, die Björns Smart Home. In dem Kanal zeige ich euch gelegentlich mal ein paar Ausschnitte und Techniken, wie man ein Gebäude digital und smart machen kann. Ein paar Systeme und, und, und habe ich auch euch unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr ja einfach mal nachschauen, ob auch das was für euch wäre. Und übrigens, wenn das Ganze gefällt hier oder ihr Interesse daran habt, dann lasst ein Abo da und lasst ein Like da und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, aus dem kalten und verschneiten oder gefrorenen Schwarzwald, heute Morgen im Februar mit minus 4 Grad, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.